Der Startschuss! Der Startschuss! Ein wunderschönes Lauferlebnis hier auf der Strecke beim 5. Zettrum Galerie Dresdner Nachtlauf. Und auch wenn die nächste Startreihe hier jetzt über die Startlinie kommt, gibt es Applaus von unseren Zuschauern hier am Rand. Sie verabschiedet Sie mit einem guten Gefühl, mit wunderbaren Eindrücken werden Sie dann zurückkehren hier. 13,8 Kilometer eben vor Ihnen. 5. Zettrum Galerie Dresdner Nachtlauf.